Well, Mika, wir haben hier immer noch ganz gute Verbindungen zu Mercedes. Sagen Sie mal was zu der Silberpfeil ersten Reihe. Ja, ich finde das toll, Botschafter für Mercedes-AMG hier in China zu sein. Wir haben gestern eine tolle Promotion gehabt und haben viele schöne Dinge, über die wir reden können. Erster, zweiter Platz in der Startaufstellung, das ist eine tolle Sache. Sie kennen Nico natürlich gut, weil Keke ja ihr Manager war, sein Vater. Wie beurteilen Sie seine Chancen heute? Also seine Qualifyingleistung gestern, das war unglaublich. Also wenn du die Onboard-Kamera gesehen hast, das war absolut fantastisch, wie er da gefahren ist. Da bin ich sehr stolz auf ihn. Kann er das Rennen gewinnen? Ja. Danke. Ja, und diesem Optimismus, diesem... Danke.